Dies ist ein kleiner Einführungsfilm, um dir zu zeigen, wie du deinen ersten LAV-Kurs unterrichtest. Du hast jetzt schon deine LAV-Ausbildung gemacht und du bereitest dich auf deinen allerersten Kurs vor. Du hast schon kurze Vorträge gehalten, um deine Schüler zu gewinnen und sie haben sich angemeldet und kommen zu dir zu deinem Kurs. Du heißt deine Schüler mit deinen Kursleiternotizen herzlich willkommen zu deinem ersten LAV-Unterricht in Person. Dieses ist notwendig, um deinen Abschluss zu machen. Wie aber bestellst du nun die Unterlagen für deine Schüler? Alle Schüler benötigen folgende Unterlagen zum Online-Unterricht oder im Unterricht in Person. Du brauchst entweder das Arbeitsbuch und die LAV-App oder den LAV-Online-Kurs und die LAV-App. Je nachdem, ob du die Person in Person unterrichtest oder online. Als allerersten Schritt schreibst du dich dafür bei uns als Affiliate ein. Das werden wir mit dir zugleich machen, wenn du dich als Kursleiter anmeldest. Danach entscheidest du, ob deine Schüler mit dem LAV-Kurs von Mehrwertsteuern. Das alles machen wir für dich. Deine Schüler gehen einfach auf die Webseite www.lavakademie.com und klicken auf dieses Icon zur Bestellung, wenn sie das LAV-Kursbuch und die App haben möchten. Oder du lässt deine Schüler den LAV-Online-Kurs und die App über dieses Icon bestellen. Deine Schüler bestellen entweder den Online-Kurs, wenn du eine Online-Gruppe machst oder die Kursbücher, wenn du deine Schüler in Person unterrichten wirst. Und du kannst auch die LAV-Powerpoint-Präsentation bestellen, um entweder online oder in Person mit einer wunderbar ausgefeilten PowerPoint-Präsentation deine Kurse profihaft darzustellen. Wie auch immer du dich entscheidest, mit den LAV-Unterlagen wirst du von Anfang an schon wie ein Profi dastehen. Komm und mach mit, mach deine Kursleiterausbildung bei uns bei LAV, um deine Lebensaufgabe zu leben. Geh auf die Webseite www.lavakademie.com